Ja, jetzt habe ich euch das rhythmische Thema ein bisschen näher gebracht. Sämtliche Themen zu diesen Effektstrukturen findet ihr natürlich auf der Homepage wieder. Handvibrato, Mundholraumveränderung, dieses ganze Zeug. Und was ich ja auch immer gerne mache, denkt immer dran, Kehlkopfvibrato, am meisten vergessen. Bending habe ich natürlich auch da, aber dieses Kehlkopfvibrato, das ist ein Effekt, der hat es einfach in sich. Auch das könnt ihr ins rhythmische Thema wunderbar einbauen, dieses Solches Spielchen kann man ja auch machen. Und das geht nur, wenn man, und jetzt kommt natürlich die kleine Fangthematik, der Knackpunkt, man muss ein bisschen üben. Also nehmt euch 10, 15 Minuten für so Effekt-Trainings vor, möglichst jeden zweiten Tag. Und ich garantiere euch, ihr kommt voran. Wenn ihr eine halbe Stunde übrigen könnt für solche Sachen, das ist super. Macht nur nicht den Fehler, dass ihr mehr als 48 Stunden zwischen den Übereinheiten lasst, weil das Scroll ihr dann garantiert vergessen habt. Also einmal die Woche mehrere Stunden am Stück zu üben, bringt euch nicht weiter. Ihr stagniert, verzweifelt und seid dann wirklich frustriert. Schmeißt das Instrument irgendwann in die Ecke und lasst es dann sein. Nehmt euch die Zeit. Nehmt euch, auch vielleicht wenn ihr nicht so viel Zeit habt, einfach ein bisschen weniger. Aber versucht immer eure schweren Übungen jeden zweiten Tag zu machen. Ich zeichne als schwere Übungen jetzt Effektkombinationen, Kehlkopf-Vibrator und Banding. Diese drei Sachen, die sind echt heftig. Und wenn ihr damit arbeiten könnt, dann habt ihr einen unglaublichen Fortschritt gemacht. Overblow, Overdraw, solche Themen, die klingen immer richtig toll. Aber die sind erst sinnvoll, wenn ihr die anderen Themen gut beackert habt und gut könnt vor allem. Tonformung, da nenne ich auch das Intervallspiel und da kommt noch das Akkordspiel dazu. Wenn ihr das alles im Griff habt, dann geht ruhig auf die weiterführenden Techniken Overblow, Overdraw, wenn es dann sein soll. Okay.